Hallo, ich bin Stefan vom Zentralverband Deutsches Kraftfahrzeuggewerbe. Mein Thema sind Old- und Youngtimer. Drei Viertel der Menschen in Deutschland freuen sich, wenn sie einen Old- oder Youngtimer im Straßenverkehr sehen. Insgesamt gibt es rund 700.000 Oldtimer mit H-Kennzeichen und nochmal ungefähr 800.000 Youngtimer mit Potenzial zum Oldtimer. Dabei geht es gar nicht mal so sehr um die teuren Fahrzeuge, denn insgesamt 40% der Autos haben einen Wert von unter 10.000 Euro. Die durchschnittliche Fahrleistung von Oldtimern liegt bei nur 1600 Kilometern pro Jahr. Und die meisten Fahrzeuge, die jetzt ins Oldtimer-Alter kommen, haben bereits einen geregelten Katalysator. Das heißt, die sind abgasarm und können auch ohne weiteres in die Umweltzonen fahren. Über den gesamten Lebenszeitraum haben Old- und Youngtimer einen ganz guten CO2-Fußabdruck. Es muss kein neues Auto gebaut werden und die Fahrzeuge sind immer wieder reparierbar. Und falls es doch mal was zu reparieren, instand zu halten oder zu restaurieren gibt, dann geht ihr am besten in einen der 800 Fachbetriebe für historische Fahrzeuge. Vielen Dank! Vielen Dank.